Ob schlicht oder bunt, ob eckig oder rund, ob für einen oder viele, ob Tische, Böden, Deko, Stühle, ob gemütlich oder praktisch oder vielleicht mal galaktisch, ob alles neu oder zum Teil, ob modern oder vintage style, ob grün und frisch an allen Enden, was besser passt an euren Wänden, ob Startup oder Tradition, für jede Branche können wir es schon. Ob Akustik oder Licht, ob mit Küche oder nicht, ob planen, liefern und montieren, bis zum finalen Einsortieren. Wir sind GSE-System. Wir richten Büros ein. Für jeden Bereich und jede besondere Idee. Keine Zeit für viele verschiedene Ansprechpartner, lange Kommunikationswege und Verzögerungen. Bei uns kommt alles aus einer Hand. Vom ganzheitlichen Einrichtungskonzept über die Bestellung bei regionalen Händlern bis zum finalen Aufbau. Egal, ob du noch im leeren Raum stehst oder eine Veränderung brauchst. Seit über 20 Jahren schaffen wir die beste Arbeitsatmosphäre. Du willst wissen, wie wir die auch in dein Büro zaubern? Dann schreib uns eine E-Mail an gse-system.de.